ok leute was ich heute zeigen wollte war komplett direkt die mine nur die mine und dann gehen wir sofort hin wir gehen aber während ich gehe kann ich mir noch mal meine videos anschauen die werbung ist gleich in der mine ok los geht's wir sind in der mine und wenn ihr dieses video sehen werde ich wahrscheinlich wahrscheinlich wo sind wir am donnerstag ok wir sind in nürnberg vielleicht vielleicht in nürnberg vielleicht auch nicht schon weglocken zack zack und da und die sachen nimm mal alles mit was wir hier finden schack der ist aufig dann schauen wir mal kurz die mütze aufsetzen ich trinke mal weg nehmen wir vorsichtig aber alles mit falls sie sterben sollte seht ihr vielleicht die versteckte kiste wieder ist nicht da ja ja das war knapp ein Hund einsam hin da ist die kiste ich hab sie gefunden ja 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 zack da oben aber der eine Feuerzombie der da oben steht der ist nicht so schlimm den bekomme ich glaube ich down der hätte mich beim letzten video gekillt so neue Ausrüstung so 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 Oh, ne, das schaffe ich nicht. Oh, gut. Aber zur Basis zurück. Ich muss mich raken. Und dann bis gleich. Wir sind wieder da. Ich habe mich nur ein bisschen gerackt. Ich habe mir den Kuchen einfach mitgenommen. Ja, los, ich glaube, es soll uns warten. Meine Taschen geleert. Und weiter geht's. Meine Schuhe sind ja auch schon rot gerade gesehen. Einen Nachteil habe ich jetzt noch. Mein großer Nachteil, den ich habe, ist, ich habe keine Feldkampfwaffe mehr. Nur noch der Bohr. Und dann geht's. Okay, das muss reichen. Falsch. Ich habe falsch gedrückt. Bis gleich. Okay, wieder da. Ja, ich hoffe, jetzt kriege ich den Zombie down. Gibt's doch nicht. Sprint-Taste in der Hand. Das wird doch wieder nichts. Schlag da weiter. Macht da doch eine Pause. Geht doch. Meine Güte. Da kriegt man doch schon ein Herzflimmer. Da man sich so einen Kampf anschaut, oder nicht? Meine Güte, meine Güte. Oh, das ist gut. Da kann ich schon mal wieder zwei neue... Verbände herrschen in Verbandskästen. Die kann ich noch nicht. So, weiter geht's. Okay, das ist ein Normaler. Den kriegen wir so down. Mit meinem Kriegshammer. Mit meinem Kriegshammer. Mhm, mhm, mhm. Gut. Down. Ja. Es geht weiter. Okay, das ist gut. Da ist er, der Bob. Bob, der Baumeister. Okay, und der ist auch down. Und der ist auch down. Der zweite Schlag. Oh. Kurz ein paar Sachen austauschen. Vielleicht finde ich hier ja ein paar bessere Sachen, die ich sofort mitnehmen kann. Oder... Zurücklegen kann. Überpräunig. Erstmal nicht. Mhm. Ich kann doch gar nicht sein. Ich kann doch gar nicht sein. Ich kann doch gar nicht sein. Wer ist da vorne? Achso, es ist der Zombie. Der Zombie! Der brennende Zombie. Der ist auch schon mal down. Das Schweinchen. Ist auch down. Warte mal, dann packen wir hier zur Seite das Brett. Los, wo soll es aussehen? Tut 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 tut. Ist an den noch gar nicht dran. Na mal was zu tun. Wo dann hier? Komm hinterher, komm, bleib stehen, schön, der Kriegsamer ist heftig. Und down ist er. So, jetzt war noch das Reh dort irgendwo, da schleichen wir uns mal an hier, da ist das Reh. Ah, ist sowieso in der Falle. Zombie, aber kurz looten. Ah, ich kann wieder nicht looten. Nein, ich möchte die Kiste erstmal hier. Das war jetzt am wegpacken und dann packe ich mal weg. Das Lederchen hier, damit ich hier alles einsammeln kann. Und das muss es gewesen sein. So, dann würde ich jetzt in Ruhe erst einmal alles hier abfarmen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier erst abgefarmt habe. Gut, dann bis gleich. So, jetzt bin ich in der Mine drin. Okay, jetzt muss ich was futtern. Okay, Strahlbarren, weiß. Ich nehme mich jetzt aber schon mit, falls ich gleich sterben sollte. Was ich natürlich nicht hoffe. Na, ist zu weit gerannt. Na ja. Dann muss ich schnell wieder rein. Na ja. Na ja. Na ja. Wie mache ich das denn jetzt? Und nochmal in der Ladestation rein. Okay, der ist. Gut. Warte, wir gehen mal einen anderen. Den hier, ne? Was macht der da? Greif doch an. Greif doch an. Greif doch an. Warum rennt der jetzt nach links immer? Ah, Mist, da ist wieder so ein Bug in den Dingens drin. Ah, ist gleich wieder da. Okay. Jetzt müsste es wieder gefixt sein. Super. Weiter geht's. Oh, mein Rucksack. Schießt er mit dem Bogen auf 1 Meter entfernen. Noch nicht mal. Na ja. Da ist der Bär. Ich brauche Wasser. Dann trinken wir doch mal was hier. Zack. Bär ist auch da. Was ist das für einer? Das ist ein normaler Hayopi. Okay. Und kämpfen. Zack. Was futtern oder trinken. Kommt hier lang. Hopp. Ach, Marf. Ach, infektiöse Marf. Gut. Alles fertig. Weiter geht's. Ich habe die Mine noch nie komplett durchgespielt. Da ist der Bär. Da ist der Bär. Da wollen wir auch schon mal nicht hin. Oh, ich habe nur noch. Ah, nein. Nein, 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 nein. Gut, dass ich das hier mit habe. Eins. Zwei. Drei. Ah, Nummer vier. Bin ich wenigstens auf null. Nummer eins. Muss mich ein bisschen mehr halten. Meine Hose ist Oppe. Oh, schön. Gleich wieder Verbandskasten herstellen. Zack, zack, zack. Das könnte ja noch wichtig sein. Oh, nee. Mein Bogen ist gleich down. Ist down. Kaputt. Nein. Bis gleich. Okay, ich bin wieder in der Mine. Ich habe schon mal Sachen vorbereitet, um gleich ein Gewehr herzustellen. Allerdings muss ich halt noch ein paar Sachen herstellen. Die sind gerade in der Produktion. Deswegen muss ich so lange noch so kämpfen und hoffen, dass ich es überlebe. Dann will ich erstmal den da hier rauslocken, damit ich um ihn besser herumlaufen kann. Komm her. Marv. Marv. Offiz government. An der Verrottelte Dach. 1. 2. Ich zähle sogar mit 1, 2 Wortlaufen. Aber die Waffe ist zu langsam. Okay, gut. Dann bis gleich. Okay. Ich darf nicht mehr so oft sterben. Natürlich waren die anderen Sachen noch nicht fertig gewesen. Weil das ging gerade zu schnell. Ich muss sie wieder rauslocken. So, komm mit. Du Nervensäge, du. Der macht aber auch Schaden. Mit seiner Waffe. Eins, zwei. Eins, zwei. Geht doch. Geht doch. So, jetzt können wir den wieder nähen. Bisschen langsamer. Macht aber mehr Schaden. So. Da ist der nächste. Auch gleich schon alles wieder weg hier. Kotz mich doch nicht so an. Meine Güte. 221. Wie soll ich denn das wieder wegkriegen? Ah, nee. Das gibt es doch nicht. Ich hoffe, hier ist was drin, was ich nehmen kann gegen die Infektion. Natürlich nicht. Ah, komm. Nehmen wir die beiden. Und was futtern. Ein normaler Zombie, okay. Wer ist nicht normal? Wer macht Schaden? Aber vielleicht schaffe ich den noch. Okay, aber das ist dann von mir das schon mal sehr gut gewesen. Ja. Bringt das was? Ich probier's. Ich probier's. Ein bisschen langsamer jetzt wieder. Warum ist da Feuerzombie, ne? Oh, scheiße, scheiße. Okay. Super. Mal wieder gestunnt. Ich hoffe da jetzt auch wieder. Ne nicht. Oh, wieder so ein Spucker. 30, 30. Gehalt um 20, okay, verwende mir. Immer noch. Das kann doch nicht gut ausgehen hier. Das wird dir nicht gut ausgehen. Das mit denen rauslocken hier. Den müsste ich doch down kriegen. Das schwächste Zombie von allen. Sicher. Den glaube ich nicht. Wir rennen mal gleich den anderen Weg. Bisschen wir umgekehrt. Ich hoffe es. Ich muss auch mal ein stück schneller gehen hier. Ich habe nicht ewig Zeit. Dann gehe ich nach da oben. Weil da oben sind noch zwei Kiste meine ich. Da schon mal die eine. Schöne. Eine Machete. Okay. Die ist schnell die Machete. Nicht gegen den eine Chance. Ja. Da habe ich. Das ist der Schwache. Ich sage gerade das wäre der eine. Der Spucker. Ja. Immer noch bei 60. Und hier ist noch nicht mal meine Rüstung. Ja. Ich glaube. Ich habe eine Probe. Ne. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Den Bären schaffe ich auch nicht. Ich muss aber einen probieren zu killen. Probieren wir den aus. Eins. Hier ist ein bisschen mehr Platz. Mal drum herum laufen. Eins. Zwei. Ah doch. War ja doch leichter als ich dachte. Oh. Hier ist noch eine Kiste. Bitte was Gutes drin. Eine Brust oder so. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah. Da ist so ein Spucker. So ein Kotzer. Ah. Hier. Den Kotzer alleine schaffe ich. So. Dein drin müsste weg sein. Was soll diese Kacke jetzt hier? Was soll diese Kacke denn? Ich bin bei 300. Da habe ich mich so weit runtergeschlagen. Auf zwei Tasten gedrückt. Mit dem Finger. Ich bin gleich wieder hier. Und dann sind sie da. Ich denke meine Waffe müsste jetzt auch schon fertig sein. Oder? Knapp. Mal schauen. Die Waffe ist erst in 25 Minuten fertig. Bis dahin bin ich hier mit der Instanz denke ich mal schon fertig. Hoffe ich. Nicht dass ich jetzt auch hier 25 Minuten in der Mine rum hocke. Also ich habe jetzt noch den Bären. Den einen Feuersombie. Und den Marvel. Marvel. Ich habe jetzt meine stärkste Waffe mitgenommen. Die ich habe. Die hier. Ich probiere aber erstmal den Marv da um alleine kaputt zu machen. Das war Radioaktivität. Ich hoffe die macht mir aber nicht so viel Schaden. Also Schaden macht sie ja sowieso nicht die Radioaktivität. Aber ich hoffe mal. dass ich da nicht so weit in. Plus komme. Oder. Genau. Plus. Ist ja Null. die Fliege. Die hier. Die Fliege. Die Fliege. Das wollen wir mal mal die Mafia weglocken. Oder sollte ich den vielleicht zum Schluss machen. Erst den Bären. ich glaube da ist besser erst in bären dann nehme ich da jetzt mal da ist ein feuerzombie aber das ist für so wenig schaden gemacht da macht man normalerweise noch viel mehr ich glaube erst mal die kiste und da ist ein boom cool warte mal warte mal so ich würde den marf auch schnell kaputt machen zack 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 easy jetzt noch der bär da ist etwas zu viel in meiner tasche was brauche ich nicht bei dem kampf die scharnieren eigentlich brauche ich noch viel weniger aber falls ich sterben sollte falls erstmal muss ich mich jetzt hier wagen ne der bär der ist stark da sind die verwenden dann ist hier alles zum futtern dann machen wir den da vorsichtshalber rein war aufhändig schön oh jetzt wird es spannend der bär letztes habe ich den auch besiegt oder hatte ich nur wenn ich zeit gehabt konnte nicht weiter spielen also habe ich sozusagen warte mal das macht man das so war das einer ich dachte es wäre mehr gewesen da bin da bin da bin da bin da da Verwenden? Ah, komm schon! Verwenden? Ah, Bershi, Bershi! Jawohl! Ich habe die Mine gecleared. Schön. Gab's da noch? Genau, die Lok gab's hier noch. Gut. Dann will ich jetzt noch zweimal oder dreimal hier alles durchlooten, bis ich alles habe. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! 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 Ciao!